Es sind Menschen, da kann jeder mal einen Fehler machen. Der eine ist schwerwiegend, der andere ist teuer. Wir sind Menschen, da kommen Fehler vor. Das Leben geht ja weiter. Für mich war klar, wenn ich jemandem in die Augen gucke, dann vertrauen wir uns. Sie sind total relaxt. Es ist so ein super Team. Als Jungunternehmer ist es ja so, dass man oft Angst hat. Und hier kann man halt mal sehen, wie man sich in der Nähe befindet. Selbst wenn man was falsch macht, dass das nicht der absolute Untergang ist. Die Menschen, die ich im wahren Leben getroffen habe, da waren viele Unternehmer dabei, die sagen, es ist gut, dass du so offen mit dem Thema umgehst. Ihrocket Übersetzung Für mich ist es kein Spiel. Für mich war es über FBVD, weil ich es dort sein kann. Wenn man drei Jahre rauskommt, dann muss man ja ausbauen. Man darf aber nicht jedes Jahr eine neue Saugestor aufbauen, sondern man muss mit seiner Idee, mit seinem Konzept weiterarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich freue mich auf die nächste Pack-Up-Night, euch wiederzusehen. Bis dahin, schönen Abend, viel Spaß beim Netzwerken. Bis dahin, schönen Abend.